Jo Leute, was geht denn damit? Herzlich Willkommen zu diesem Video auf unserem Kanal und mit dabei ist Fabrizio. Guten Tag! Servus. Heute haben wir mal wieder ein sehr schönes Video am Start und zwar, er rate für welches Land der Fußballer spielt. Oh, ein guter Titelableser. Ja, ja, äh, äh, erklär mal ganz kurz, was müssen wir da jetzt jetzt machen, was kommt da jetzt? Ja, da wird ein Spieler halt gezeigt. Hm? Und drei Flacken. Ich meine, Herr Koffer werden gespielt. Nicht easy, würde ich sagen. Alleine wegen FIFA. Alleine mit unserem FIFA-Wissen könnte das gut, äh, klappen und, äh, im Länderraden waren wir ja immer ganz gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, oder? Ja, aber wenn... Let's go, ey, ich bin gespannt. Werners Football-Ecke Ehrenkanal. Ja, das war natürlich jetzt, äh, sehr lustig. Das ist, äh, natürlich Italien. Ja, nein, nein, nein. Das ist Italien. Hm? Das ist Portugal. Wir müssen ja nicht unbedingt gegeneinander spielen. Wir können ja auch miteinander. Als Italien eben auch sein kann aber bei Wolfs. Ja, bei Wolfs ist klar, dass da nur Portugiesen spielen. Größe gehen raus an Vincent. Weil da geht's. Oh. Oh, Belgier. Däh. Nigeria. Komm, das muss doch Nigeria... Obwohl, das könnte auch, das könnte auch so ein... so einer sein, der Belgier. Oder Holländer. Oder Holländer. ich sage ich sage nigeria kommen bitte ja okay ich dachte das wird hier easy run jetzt habe ich kurz gestruggelt ich kenne ihn auch nicht den linkt man doch gerne mal mit einem rooney oder mit einem ferdinand gar nicht mehr wenn du dein letztes spiel unendlich in 19 minuten war so rangers-fan den wollte ich mir heute in mein team einbauen habe dann gemerkt dass der 500k kostet und ja dann habe ich auch mal wieder ganz gelassen das ist der antony aus brasilien und der fatal star ne united star von keller ja dänemark dänemark den wollte ich auch einbauen heute mein team der und endlich den beide drin für rainier strong bisher ja das ist ein bisschen zu einfach gläubig nene kroatien kroatien aber gestern gesehen gegen gegen people da war der junge ganz eingeschüchtert hat das gewinnt wie pepe dem angeguckt hat aber vp hätte ich angst ja kam er wohnen ne kammer 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 ist äh wie sagt man das nochmal region von samuel eto genau schuppe motting der beste spieler in unserem kader kann man schon vergleichen mit eto nun wo nach so star ist Prozent abfahrt ist kroatien ohr abrufen ja bitte ja das war ein bisschen lucky der steht auch bei bayern auf dem plan er schon ganz cool hätte liegen dafür ist natürlich jetzt eine frage ich weiß gar nicht vielleicht der politiker nene der ist eigentlich sogar brasilianer halbhalb ne halbhalb also der kann theoretisch für beide spielen also wenn er aber erzentscheid für italien entschieden ah ok ne ich dachte er wäre portugies heidara mali ja genau 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 das war nämlich immer auf der karte ne flagge die konnte ich nicht identifizieren muss die sein ne natürlich amadu heidara amadu das ist auch easy äh algeria ne ne ghana ah the egyptian king auf jeden fall salah let's go ich glaube wir sind hier wir haben einen clean run gehabt oder ja das war's heute danke sehr abonniert den kanal bis zum nächsten mal haut rein ciao bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal